jo leute was geht ab hier ist der lenz heute wieder mit einem kleinen gameplay für euch und zwar heute mit der custom zombie map area 51 und dabei habe ich wieder den jan den runix und den nico also die rente und alle gehen gleich da und alle alle mit sich hochlohnen sind es in runde 1 geil area 51 also meinst wir können uns da runden bieten über was hier im act oder was ist sau dunkel hier drin was ist das denn der pill ich werde hochgeschraubt die ist auch ein kissenspot ok da geht bloß eine tür raus oder die hier wie kostet die der one piece fdw näher wie kann man die aufmachen ach hier 750 an dem schalter ja ich hab sie sehen würde führt das zu tun hat aber auch hier auch kaufen dort vor ich bin fast umgegangen ich bin verarschen du nicht wo kommt der zombie halt hey ich dachte du willst den zombie zu mir locken und willst dass ich sterbe abwärts die erheber das in den mir ein zombie ist weitergekauft mp40 ist hier Lens, hast du euch was gemacht? Was machen wir? In deinem Video dann tust du hier die Wörter einmal One Piece und einmal Dragon Ball reinschreiben und in die Kommentare und was mehr Likes hat gewinnt Alles klar, dann ist das Battle endlich ausgefochten Jaja Also habt ihr gehört One Piece oder Dragon Ball Ja, könnt ihr liken Nix sagen, hier keine Präferenzen schüren, soll jeder selber entscheiden Wollt ihr nur sagen Dragon Ball kaufen sind Super Saiyan Ruhe Ich will jetzt in dem Video nichts mehr werden von One Piece und Dragon Ball Also One Piece Ey, warte, ich hab meine 2 Zigarre im Shuttle geraucht Achso, ja, wir hatten uns überlegt mal ein Zigaretten Commentary zu machen Wie? Du musst 2 Schachteln 2 Schachteln Zigaretten rauchen und dann wird kommentiert Aber Ja, aber Für Ronix nur Kaugummi Genau, ich kann sagen Kaugummi Zigaretten Ja Oder ein Kofi Blaster Was? Nein, nein, Ronix muss 4 Schachteln Spawnen die eigentlich nur hier in dem Raum, oder was? Ja, irgendwie schon Ja Muni Und er hier droppt voll viel Muni Aber das geht voll auf die Stimme her, da würde ich kein Commentary durchhalten Ja Tut jetzt schon der Hals weh Karl Wo ist mein Schnupftabak? Ja, hier die Tür kostet 2000, soll ich die mal aufkaufen? Oh ne, da hat noch Da hat jemand noch mehr, der Nico muss aufkaufen Ja Nico hat auch keine Waffe, warte Ihr habt alle ne Waffe Ach süß, Alter Logo, MP40, Mann, was geht? Der Grain Guck mal Bei Xbox schreibt ihr anstatt Ghost Goose Hier schreibt ihr anstatt Green Grain Ja Grain, Grain, Grain Megastini Oh, wie riesig der Raum ist Alter, was geht denn hier ab? Da ist der Power Hier kann man glaube ich Insta kaufen So, wo sind die Alien-Experimente? Jan, warum weißt du das so gut? Ich hab das gesehen 100.000 Endgame Was? Hier hinten, Alter Warte, hier nehmen wir die Bomben her Alter, hier ist so viel Platz Ja, woher weiß ich das so gut? Weil es so offensichtlich dort der Schalter ist Ja, mhm Das hier ist Endgame oder was? Schau, vielleicht können wir A Link to Mainframe Hä? Wo hast du Endgame gesehen, Jan? 100.000, hier hinten, Alter 100.000 Jungs, da kommt 100.000 Oh, ich hab's immer noch gesehen Ja Ach hier, okay Ja, das schaffen wir doch, oder? Gibt's hier noch mehrere Ausgänge, ja nice Ja, ja, da wo ich bin, das ist einer Also hier kann man bestimmt noch punchen und so'n Scheiße, ne? Hier kann man bestimmt noch punchen und so'n Scheiße, ne? Double-Points und hier ist der Ding Hier ist... Kiste Teleporter Jungs, Kiste bei mir Habts hier weiter aufgekauft? Link, mach mal den Teleporter, Jan, der ist schon verlinkt Alter, die Kiste sieht aus, aus wie so'n Alien-Experiment-Platz, Alter Ja Jan, hör auf wie du Scheiße So, die tun dir doch gar nichts Oh, ich hab schon fast... Ich hab schon fast 100.000 Ja, 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 ein bisschen fehlt noch Oh, jetzt hab ich keine Muni mehr Was ist da hinten los? Gibst du? Alter, das muss mal so weit laufen, ne? Was ist da los? Oh, Kiste ist gut, Kiste ist gut Oh God Hunde oder was? Shit, man, lass mich ran, lass mich ran Ich will sterben Lass mal Kiste campen Lass mal Kiste campen Ich hab keine Munition mehr da Ich hab gar nichts Ich hab nur noch die Pistole, 75 Schuss Ja, Leute Ah, Scheiße Zombie-Killer nenn die DGE irgendwas, heißt die doch nochmal, oder? Barag... äh, ich hab Browning Browning Ich dachte erst Ey, lass mal die, wir kriegen jetzt eh Muni, oder? Dann hab ich wieder für die MP40 Mach dir das nochmal da vorne Ja, geil halt die ganze Zeit Ich will auch nochmal drehen, bevor die Runde zu Ende ist Ja, klar Ich hab ne gepuncht Ich hab ne gepunchte Scar mit Scope Wo ist der letzte Hund? Oh, das ist ne ungepunchte Scar mit Scope Oh, das ist ne ungepunchte Scar mit Scope Nimm die mal wer Ne Ach, da kommen noch ein paar Muss Ronix sein, er ist hier Ronix ist so behindert, weil ich sterbe auch nicht denn Ich hab nen Panzerschreck Ja, die Hunde kommen noch eh jetzt nicht zu dir Lance räumt auf da hinten Ja, Mann Aber er schreckt Panzer Jan, fick dich Waffe, du dich Teddy Hä, was kann ich denn dafür? Bei mir ist auch keine Waffe gekommen Ja, ja Ja, Lüge Nein, nein Halt deine Fresse jetzt Nein An der Kiste, an der Kiste hat die Freundschaft auf Es gibt gepunchte Sachen in der Kiste, ne? Ich habe die fertig Endgültig Alter, wie viele Hunde da kommen, Mann Mach doch Mach doch Achja, Pips Hand, da warnt, gell? Aber nicht Wo? Hier, zwei Riesen Er lügt Ich teleportier mich mal ne Runde Oder komm wieder mit? Ja, warte, ich komm mit Laten wir erstmal die Hunde noch töten Jetzt habe ich keine Muni mehr Warte Komm schon, dann ist die dreckige Runde vorbei Komm her, Lance Jetzt Wir haben gemessert Warte Ich bin unterwegs Wir haben nur nachgeladen Ja Los geht's Los geht's Wo kommen wir hin? Oh, hier kann man Muni kaufen Affen Oh, Pack a Punch Chugga Ich kaufe mal mehr Chugga Rhaigan an der Wand Was, Alter Rhaigan an der Wand Was hier los, Mann Wie viel kostet die Rhaigan? Alles an der Wand 10.000 10.000 Immer 10.000 Die Digi kostet Klasse, Mann Monkey 2.000 Ich lass mal Da kann man sie wieder her teleportieren Ich habe jetzt mal nur Chugga gekauft Ich glaub diesmal punch ich aber selbst eine Punch Ich hab dann Zombie Killer und die MP40 Fast schon Und gleich kommen vor uns Zombies wie behindert Ich hoffe nicht Oh Ah, da üben Nix kommt Wo? Ach da kommen ein paar Ach da kommen die Wird er nur Anfangsraum oder wie? Ne, die spawnen auch ein paar Hydritte Hinter die Lines Ab ihn Und stack her Ich will nicht sagen, dass der Patschschreck nicht geil ist, Alter Oh, ja Wer soll ich sparen auf 100.000? Egal Keinen Plan Mach mal wer die 100.000 als erstes hat Ist doch egal Naja schon Lass einfach spielen Hier ist jetzt eh noch relativ chillig glaube ich so Weil hier hast mir echt mega viel Platz Was wir eigentlich machen könnten ist da beim Teleporter chillen immer später Schließen bis Muni ausgeht und hoch zum Punchautomaten Ne, viel zu eng dort Ja Ja Da ist aber PPSH Muni und wir können uns teleportieren wenn es mitfügt wird Ja wir können ja jetzt mal hier bleiben und schauen wie es hier ist Also ich finds hier ganz chillig zu laufen Ja Wir können uns ja aufteilen einfach Ja eben Aber nicht teleportieren ohne was zu sagen falls jemand mit will Zu spät Ich hab Muni hier Dann warte Warte kurz, Lens warte kurz Warte ich werf noch nen Affen Warte ich werf noch nen Affen Ja wirf Lens Jetzt kannst Opa Jetzt kannst Lens machen wir jede Nelke vom Raum Was machen wir? Jede Nelke vom Raum Was machen wir? Jede Nelke vom Raum Ne ich lauf wild rum Ich versuche jedem die Kills zu klauen Du spielst gar nicht mit System Ich mach jetzt das Spiel einfach voll ein auf Killhude Naja Weg der Lens Mein Spot Wollten wir Runix nicht eigentlich ne pädophile Stimme geben? Ja Also Josef Stimmt du musst dir so ein Headset kaufen wo man das runter skippen kann Nene Josef du siehst traurig aus Deine Koller Auch schon Runix lass mich auch was töten alter was ist los mit dir? Deck ne Banane in dein Ohr Hier ist die Kiste übrigens Wisst ihr das? Hier im Anfangsraum wo wir gespawnt sind Gut so ist er Bill guck mal wie viel Quick Revive kostet Vielleicht ist es dieses von Mackies Haus wo du dich selber wiederbelebst Kostet dann 3 riesen Warte 1500 Okay das ist das normale So Naja für den Zombie Killer muss ich mir irgendwann mal was holen Ja Neko ganz gut Was hast du dir grad gekauft Jan? Bicola und PPSH Freunde Hast du noch keinen Jugger oder hast du schon einen Jugger? Nö Unnötig Brauchten wir es nicht Unnötig Wuhu 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 Wuh kommt echt richtig auf double points ja ich brauche kein ich brauche kein juggernock seid richtig nett leute richtig nett leute richtig nett leute richtig nett ach gott ist das witzig lass mal teleportieren zu jugger und ich nicht geht auf einmal hier weg alter wo ich mich auf jeden fall lasse oh wer hat die regan angezogen kommt jetzt wieder hier hundescheiß der nicht gemacht zu sein eigenes ding merks ist in bayern ich hätte aber auch mal ein eigenes bilder würde ich aber drauf gegangen wegen meiner regeln das dauert so lange bis die hunde mal kommen weil alles so groß ist wo was bietkohle eigentlich ich hab keine muni mehr kommt stell dich zum teleporter oder ich kaufe die will ich noch von drei vier und auf einmal wenn die anderen sind ja so assis und hauen ab wie seid ihr in der mitte ich dachte wohl dich hoch porten nein gleich alle zusammen kommst du ja schon mal zum teleporter ich mich von jacob double-barreault alle wenn du die mannst die ist von einem one hit habt alle nachgeladen ja ja naja ich habe nicht nachgeladen glaube ich will mir noch schnell double tab double tab brauche ich die wirklich ich stelle mich jetzt erst mal richtig auf hier mit perks und waffen und dann gehe ich auf die 100.000 beste verkabelung aller zeiten hier kommt ihr jetzt mit nach oben oder das hat schon macht ihr das mal alleine das service erwarten ja wir sollen erst mal alleine den ganzen gleichen dinge nico will aber auch hoch aber du brauchst noch ein bisschen punkte doch danach naja naja ich gehe mir da hinten rein das wollen wir da hinten auch aber ein leck mich am arsch alter wenn wir in der netz her warte ja ich bin dabei auch schnell ich habe eine zeit in den warte alle beim teleporter oder was nein ne wir sind in der mitte einfach nimm die bombe neuer wurde er gespawnt ist was ist los mit euch ja weil die schlagen einen noch wenn in der nico und ich war im kleinen raum ja schon werfen achten sofort nico rennen hin hast mir gar nicht was wir haben nein wir schaffen es was ich hab was los wieder blieben gedrückt über weg scheiße scheiße vielleicht doch jahre jahren ein double hit ist schnell ausgeteilt ja ich fühl mich immer halt sicher wenn ich den jugger noch kann oft zu sicher ja ja